Hallo, herzlich willkommen. Let's play Sims 4. Gerade mit einer neuen Verbesserung. Fängt gerade erst an. Spiele 5 Stunden die Sims 4. Ja, da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Weiß nicht genau, wie lange ich jetzt hier schon spiele, aber noch. Vielleicht. Bringt sowas auch Punkte? Neues Bestreben. Ne, wollen wir gar nicht. Wir wollen jetzt die 10.000 voll kriegen. Dann haben wir auch bald irgendwann mit dem Geld, uns mal ein neues Grundstück zuzulegen. Denn wir haben ja immer hier noch das kleinste Grundstück überhaupt. Ich hoffe immer noch mal. Sind wir noch? Sind wir noch Bros? Ja, passt schon. Kann man ein paar Tage nichts mit ihr zu tun haben. Wir müssen gleich auf Toilette. Was ist das denn eigentlich hier? Wegwerfen. Verwenden. So, wir wollen jetzt das Buch fertig schreiben. Was ist denn hier mit der Kunst? 344. Verkaufen wir. Wir wollen ja hier die 1.000 verdienen. Unkraut. Wir haben kein Unkraut. Unglaublichen Geschichten wollen wir auch nicht erzählen. Inspiriert werden. Selbst sicheres Gemälde beginnen. Das können wir relativ schnell und leicht wieder hin. Wir machen da noch mal ein Sachbuch. Oder noch ein Kinderbuch. Das muss ja irgendwann mal besser werden. Ich gucke da schon gar nicht mehr hin, dass sie schon wieder da steht. Das ist ja furchtbar. Wir müssen auch noch deutlich mehr schreiben. Wir haben jetzt 25% erledigt. Tier erhalten keine Schläfchen. 2, oder? Hat mir das nicht schon geschrieben? So, 50% sind erledigt. 75% erledigt. So, ein bisschen noch kommen. Schaffst du abgeschlossen. Ferdig. Das ist noch alles gut. So, wenn man dann doch mal versuchen, was mit bewässern. Und dann wollen wir mal Ableger nehmen. Was auch immer das bringt. Selbst sicheres Gemälde beginnen. Selbst sicheres Gemälde beginnen. Selbst schon wieder alle Blumen gießen. Warte, jetzt haben wir im Invental die Ableger, oder? Was ist das? So, wir können ein neues Buch veröffentlichen. Warte, das wollen wir dann auch schnell machen. An Verlag verkaufen. In dem Verlag wird hier täglich ein ansehnlicher Betrag an Tantien ausgezahlt. Dann zahlen wir das mal. Machen wir es mal beim Verlag. Das ist ja nicht unser erstes in der Bruch. Gucken, ob das wirklich viel mehr bringt. Ich meine, wir sind natürlich jetzt ein höheres Level. Also eigentlich müsste es schon deutlich mehr bringen. Jemand muss gern zeigen. Das ist auch immer all dran. Mal gucken erstmal, was wir hier jetzt schnell zaubern. Was ist das denn? Eine Mieze-Katze. Eine schlafende Mieze-Katze. Tausend! An Kunstgalerie verkaufen. Dann können wir uns das irgendwann mal in der Kunstgalerie angucken. Unser erstes Meisterwerk hier. Obwohl, vielleicht ist es noch gar kein Meisterwerk, aber es bringt tausend Einnahmen. Ist nicht heftig? Eine Galerie verkaufen. Du bist dabei, ein Meisterwerk zu verkaufen. Meisterwerke sind sehr selten. Willst du es wirklich verkaufen? Ja, tausender. Das war kurz überlegt. Auch wirklich nur kurz. So, wir sollen mal ein bisschen was essen. Ich weiß jetzt nicht, was wir können mit diesem Ableger machen. Veredeln. Mit Betrieb von folgender Pflanze. Salbei. Was ist denn nochmal was? So, dann könnte ich die hier veredeln. Mit Salbei. Und den hier könnte ich veredeln mit dem. Was auch immer das bringt. Keine Ahnung. Mal schauen. So, wie sieht es aus? Alles noch gut. Haben wir nicht noch einen Tag frei oder müssen wir los zur Arbeit? Wir haben auch noch Samstag frei. Dann können wir uns mal wieder um andere Sachen kümmern. Ich weiß noch nicht genau, was wir morgen machen. Vielleicht noch ein Meisterwerk mal. Tausend Einnahmen. Das ist ja echt. Das schafft was, ne? Hast du genug gegessen? Musst du nicht unbedingt aufessen. Wir könnten davon noch mehr Ableger nehmen und alle anderen auch noch kreuzen, was auch immer das bringt. Errungenschaft. Verbindung des Lebens. Verbindung des Lebens. Schalte durch Veredelung einer neuen Pflanzenart frei. Auch damit können wir schalte durch neue Pflanzen oder so. Ordentlich Ableger nehmen. Äh, ja. Was ist hier denn mit verwelkte Pflanzen? Oh, die ist verwelkt. Ein bisschen unsozial. Das klappt scheinbar nicht immer beim Veredeln. Wir haben gleich noch ein selbstsicheres Gemäld. Das hat doch gar nicht so gut funktioniert. Wieso sind wir eigentlich noch so wach, obwohl er schon mitten in der Nacht ist? Wir sind auch völlig fit. Anmachspruch im Spiegel üben. Das gehen wir gerade noch hin. Vielleicht schätzen wir noch ein bisschen. Ähm, Bepp. Kontakteknöpfe. Schatten. Video wie man auch gemacht hat. Ist egal. So, das hat schon gereicht. Danke. Freundschaft schließen. Sich selbst im Spiegel bewundern. Sind wir ja gar nicht so. Nicht selbstbewundern. Und da war es. Und. Ein bisschen sozial. Geht noch ein bisschen hoch. Aber um drei, wir müssen gleich ins Bett. So, warte. Müssen wir wieder gucken. Das ist kein Meisterwerk geworden. Das bringt nur 300. Patsache, Quetschte. Ein Buch zu Ende schreiben. Das können wir immer wieder veredeln. Hatten wir die nicht schon veredelt? Ich weiß nicht, ob die Qualität denn noch besser wird. Erstmal ausschlafen. Aufräumen. Leeren. Aufräumen. Müll lernen. Nicht andersrum. Öffnen. Ein Gericht. Verspeisen. Über diese ganzen Ableger können wir die eigentlich auch verkaufen. Scheint nicht so. Dann müssen wir auf die Toilette. Dann müssen wir duschen. Und dann kommt auch bestimmt auch schon wieder Bella vorbei. Bella Horizonte. Wo bleibst du? Stopp, stopp, stopp. Du bist auch so nancy. So wie du vom Gesicht guckst, bist du so nancy. Äh, mit Positionenprang, Kompliment über Outfitner. Jetzt lachst du so blöd. Oh, Dack, Dack. Das ist Samba. Oh, Dack, Dack. Nancy ist ein bisschen merkwürdig. Jetzt läuft sie denen hinterher. Ist das Mortimer? Ne, das ist Dennis Kim. Dennis Kredin am Lühr. So, jetzt kommen wir an den anderen Rand hier. Aber wir sind, oh, wir bist auch, sonst machen wir uns bei in die Hose. Kennenlernen. So haben wir dann auch freundliches. Na ja, du kennst ja auch. Warte mal, ich kaufe jeden auf Club. Warte, ich kann ja erstmal. Tag verschönern. Können wir versuchen, mit ihr abzuhängen. Ich weiß auch nicht, wir müssen auf jeden Fall auf Toilette. Vielleicht bleibt sie ja da. Wahrscheinlich rennen wir gleich. Was passiert? Hä? Wieso reisen wird? Wir wollen doch nicht verreisen. Möchtest du gerne in die Bar? Fett, brennen und poppen. Und ins Fitnessstudio zusammen. Oder singen. In der Lounge. Oder mal in den Park. Gibt es da ein paar Toiletten? Ich denke schon. Eigentlich wollte ich jetzt gar nicht in den Park. Aber scheinbar möchte sie gerne mit uns irgendwo hin. Also werden wir ihnen mal folgen. Vielleicht habe ich auch außer denen ins Reisen geklickt. Ich weiß es nicht. Ja, sie ist auf jeden Fall mitgekommen. Warte mal, wir gucken mal. Wir suchen uns das erst mal eine Toilette hier. Gibt es irgendwelche Pflanzen, die wir brauchen könnten? Hey, hier ist voll Party. Was hat sie denn? Sie ist groß. Tanzen wir mal mit Nancy. Kinnam. Wir können ja auch toll tanzen, die Nancy. Oh, ein bisschen mit ihr tanzen. Wir wollen noch mit ihr tanzen. Genöge bei Endhöhe oder Level. Pflanzen gießen. Weil tanzen können ja noch nicht so cool, ne? Sieht ein bisschen Eiern aus. Ich muss das jetzt schon gehört über Aufhüt machen. Also wir gehen es nicht so gut. Aber ich würde jetzt hier auch nicht unbedingt duschen gehen. Ist er ein warmer? Ja, nicht ganz. Sie geht voll ab. Also langsam gehen wir auch ab. Das bringt ja gar nichts. Kannst du mal aufhören zu tanzen? Man kann es mal aufhören zu tanzen, das nervt dich. Ach. Nein, sie ist sehr verspielt. Ach Quatsch. Pops ja da nicht drauf. Also hier müssen wir nichts machen. Das ist alles gut. Aber wir gehen jetzt nicht mehr so toll. So verschwinden die Bäume auf einmal, wenn wir darüber gehen. Wollen wir mal mit den Lichtern rumspielen. Gehen wir mal kurz angeln, oder? Was ist denn hier los auch? Das scheint mein Garten-Experte zu sein. Wollen wir mal anrufen? Wollen wir mal kurz Bälle anrufen? Das sind sie. Sie kennen wir noch gar nicht, oder? Liberty Lee. Ulak. Mit Nancy rumalbern. Ne, mit Nancy haben wir jetzt eigentlich genug rumgealbert. Hä, was ist denn hier? Bist du denn? Da kommst du doch. Ach, hier können wir ein bisschen am Klettergerüst vielleicht spielen. Mit Ronstar spielen. Das kannst du nur tun, wenn Kinder auf dem Spieltum spielen. Blablabla. Kennen wir lernen. Was ist sie denn eigentlich? Bisschen freaky aus, aber könnte überhaupt zu uns passen. Und auch. Tag verschönern. Den Herzen von dem Fundament machen. Wir machen nochmal ein Kompliment über ihr Outfit. Hust du jetzt ab? Bleib doch hier. Wo willst du denn hin? Willst du auch hier spielen? Wie läuft sie denn? Ich glaube, sie muss auch mal wohin, ne? Okay, auf jeden Fall werden sie kennengelernt. Das ist auch immerhin was. Ich glaube, mit dir wollen wir nicht spielen. Können wir dich schon? Freilich vorstellen. Luisa Hermanns. Luisa Hermanns. Wir stellen uns hier einfach bei den ganzen Damen vor. Haub mal. Ich glaube, das war es für diese Folge. Wir gucken in der nächsten Video weiter. Also, bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020